Also, ganz geile Tour. Für mich ist es das dritte Mal, dass ich in Ladakh bin. Das zweite Mal auf dem Tschadda. Und ich werde auch noch einmal drittes Mal hingehen, weil die Erlebnisse, die man da hat, ich glaube, die kriegt man nirgends wo anders. Tut mir das gleiche. Das erste Mal auf dem Tschadda, meine erste Trekkingtour. Und jeden Tag ein anderes Highlight von Landschaft, Menschen, Natur. Alles rundum super. Sehr zu empfehlen. Ich bin das zweite Mal in Ladakh. Einmal im Sommer, jetzt im Winter. Man muss sagen, es ist deutlich kälter. Wer hätte das gedacht? Ich bin jetzt das erste Mal mit meinem Namensvetter Thomas Böhm unterwegs. Ich bin auch Thomas Böhm und es macht mir großen Spaß. Ja, für mich ist es das erste Mal in Ladakh. Und das gleich im Winter, bei solchen tollen Bedingungen. Auf der Thomas Böhm Skala haben wir hier die Neuen auf dem Tschadda, was super Bedingungen sind. Was besonders viel Spaß macht, ist die urische Organisation von Thomas, mit den drei Locals, mit denen wir unterwegs sind. Abends gemütliches Lagerfeuer, wo man wieder die eingefrorenen Gliedmaßen erwärmen kann. Und es macht einfach super Spaß. Und jetzt hoffen wir, dass wir die letzten zwei Tage gut auf dem Eis über die Runden kommen.